Also ich habe ja jetzt schon ganz schön Challenge Lauf, muss ich sagen, ne? Das heißt, wir machen direkt die nächste Challenge, wa? Und das ist The Host. Das ist dann auch meine letzte Challenge, die 19. muss ich dann erst noch anlocken, genauso wie die 11. Und den Purist mache ich jetzt wahrscheinlich eher nicht so. The Host, was passiert jetzt? Keller, was haben wir denn da so? Normale Tränen. Oh, die Zecke, okay. Das heißt, wir können keine Trinkets mitnehmen. Aber die Bosse haben weniger Leben. Ich glaube, die Challenge geht länger, kann das sein? Ich glaube, die 19., äh, ne, die 18. meine ich geht länger. Also wir werden es gleich rausfinden. Tears down. Nö. Verarschen kann ich mich selber. Kann ich mich selber verarschen? Dreckspillen, ey. Sind so scheiße geworden. Man hätte es sich denken können. Spätestens nachdem Kane so mit den Pillen genervt wurde, hätte man sich denken können, dass die Pillen einfach nichts mehr taugen. Klar gibt es supergeile Pillen, aber, komm. Wie oft hat man schon das Glück? Ach, Curse of the Mace, Mensch. Pin! Seit ich im Keller bin, immer Pin als Gegner. Davon nie. Davon nie, weil der halt ein Kellergegner ist. Aber jetzt hast du ihn nur noch. Hätte mich darüber beschwert, dass ich nie Pin als Gegner habe. Das ist die Antwort des Spiels. Der macht jetzt voll oft seine normale Attacke, ne? Kann das sein? Deutlich öfter, habe ich das Gefühl. Fliegen! Göttlich. Range up. Hm. Haut mich nicht um. Also es gibt wohl... Ja, genauso wie da keine Itemräume. Also bräuchte es eigentlich nicht clearen, ne? Ach komm, das gibt es eh nicht. Äh, mein lieber Syndicate Gaming, schreibt mir das bitte auf Facebook nochmal. Äh, ja, direkt weiter, was soll es? Tears up! Aha! Das ist doch schon deutlich besser als Tears down! Na also, es geht doch. Es geht doch. Ja, ich weiß das. Keine Sorge, ich kenne die schon. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Ach, verfickte Scheiße. So, wo ist der letzte? Da hinten. So. Ah! Herzen kann ich ja leider gerade gebrauchen. Ich glaube mir, dieses Challenge wird meine Streak enden. Habe ich so ein Gefühl. Gibt da so kein gutes Gefühl bei dieser Challenge. Da wäre der Boss. Wow, das war knapp. Also du musst hier halt mit den Fliegen arbeiten, weil die machen ja super Schaden. Larry Jr. Er wird erstmal hier in der Mitte gesprengt. Und! Oh! Nice! Richtig gut gesprengt. Richtig gut gesprengt. Shot Speed up. Und die Death Card. Geht nur bis Mom die Challenge? Ach, guck mal. Dann geht 19. 19 weiß ich ja schon, dass die Epic Feetus Challenge ist. Ne. Ne, das ist nicht die Epic Feetus Challenge, die 19. Bei 19 schaltest du Epic Feetus frei. So war das. Die geht aber, glaube ich, bis Isaac, habe ich mal irgendwo gelesen. Mal gucken, mal gucken, wie das hier geht. Also das ist halt die Challenge, wo du mit den ganzen Fliegen und Spinnen arbeiten musst. Ganz ehrlich, vom Boss zu Boss, es macht überhaupt gar keinen Sinn, hier in irgendeiner Art und Weise die Räume zu clearn oder so. Du findest ja eh nichts, außer haltetisch einen Shop oder so. Aber das kriegen wir dann, glaube ich, auch prima ohnehin. Alter, das war fies. Das war richtig fies. Eternal Heart. Nehme ich. Hm, Teufels Stil ist gefährlich. Der Mark. Machen wir. Weil ich krieg das HRZ jetzt direkt wieder. Und das war gut, weil das habe ich quasi für... Ich habe kein Herz so gefühlt weggegeben, aber hat dafür ein gutes Damage-Up mit Mark bekommen. Weil der Mark ist halt einfach mega geil, weil sich der Schaden um zwei erhöht. Ach, nö, super Envy. Muss das sein? Oh, Mann. Alter, das ist... Das ist eine richtig schöne Movement-Aufgabe hier. Fuck. Super Envy is heavy. Das ist schlimmer als jeder Boss-Kampf. Mann, ich sehe voll lustig aus. Boah, Gott sei Dank sind das die, die den normalen Strahl schießen. Ansonsten hätte ich hier richtig Probleme gehabt. Oh, ich hasse diese Knogger-Typen, ey. Richtig nervig. Wo geht's long? Okay. Da geht's. Oh, Feuer, 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 Feuer. Feuer! Oh, nice. Richtig gut. Oh, nee. Ja, das hat mir schon mal eigentlich ganz gut was abgenommen. Viele Bomben habe ich nicht, aber sind wir mal ehrlich, das ist irgendwie eine gute Investition. Spawn noch mehr Ads und dann kann ich die Death-Karte zünden. Weil das ist mir jetzt so blöd. Sobald er anfängt, äh, diagonal zu... auszurasten, wenn ich die Karte zünden. Kein Bock drauf. Oder jetzt schon? Ja. War die richtige Entscheidung in HP ab. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Karte, da kommt's. Ja, da kommt's zwei schon. Das läuft. Na, die Tierstar-Pille brauche ich jetzt nicht mehr. Habt ihr schon gesehen? Aber brauche ich nicht mehr. Das läuft soweit schon ganz gut. Gut, das ist jetzt ein bisschen... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das können wir cool machen. Pass auf. Ah! Hat nicht ganz geklappt. Ein bisschen Arbeit hab ich mir da schon abgenommen, aber... Wollte ich besser machen. Das wollte ich eigentlich besser machen. Ah! Kann ich eh nicht aufnehmen, ich hab ja die Zecke. Hey, halt auf zu schießen. Was sollen die scheiße? Oh, oh. Uiuiui. Oh, die wollen's wissen. Gut, dass du ohne Kopf nicht mehr sprengen kannst. Oh, oh. Nein! Hier wäre das Schwub-da-Wub auch besser gewesen. Mist. PhD wär geil gewesen jetzt. Das wäre sehr, sehr geil gewesen. Wow! Da müsste jetzt ein Dime droppen oder so. Oder zwei Nickel. Nehme ich auch. Jetzt hier alles relativ egal. Ich hatte mit meiner Tiers-App-Pille schon Glück. Wollen wir nicht überstrapazieren. Hauptsache ich muss den ganzen Scheiß hier klären, weil ich falsch laufe. Na, guck mal. Das heilt mich. Das ist ja praktisch. Uiuiui. Das ist ja hübsch. Das ist zu wenig Geld. Dafür, dass ich's... Ah. Zu wenig dafür, dass sich's lohnt. So, und der Champion kriegt hier schön aufs Maul. Das läuft. Ja, das kann nur noch da... Wow! Das Fliege läuft. Alter, wie groß ist denn der Scheiß hier? Das ist ja riesig. Das sind nur Deaths 1. Was ist denn los? Uh, Goathead. Oh, ich hab schon gesehen, was da ist. Ich hab's schon gesehen. Keine Saal. Okay. The Gate. Nein! Im Piss hab ich nicht gesehen. Schön, dass du deine eigenen Leute tötest. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, ist okay jetzt. Ja, ist okay! HP ab. Läuft. Krampus. Nein. Oh Gott, das ist gut. Wenn da jetzt einfach nur noch so Seelenherzen drin sind, dann ist die Sache gelaufen. Okay, oder auch einfach nur Scheiße. Gut. Die Pille kann dir im Notfall den Arsch retten. Die kann dir im Notfall richtig gut den Arsch retten. Ach, bin eh durch hier. Letzte Ebene. Das ist der normale Isaac-Charakter. Das ist eine Challenge. Das ist, äh... Das ist völlig egal. Was für ein Charakter das ist. Kannst du mir nicht aussuchen. Gott sei Dank! Gott sei Dank haben sie diesen Bug behoben, ey. Okay. Gut, die Damage-Upgrades waren wichtig. Ja, Mom sollte drin sein. Mom ist immer drin. Es kommt nur darauf an, wie schnell. Ja, cool, Mann. Dann würde ich auch Challenge 18 schaffen. Oh! Nein! Ich muss dich extra warten, ey. Fick dich. Oh, Scheiße. Hm, das finde ich jetzt nicht so geil. Okay. Das war sauknapp, ey. Okay. Na, dann kann man ja nochmal zum Shop gehen. Wenn wir ihn unter Umständen finden. Vielleicht gibt's da ja nochmal das eine Item, was Sicherheit gewährt für Mom. Und damit meine ich natürlich sowas wie ein Seelenherz oder so. Das kann ich also nicht aufnehmen. Okay. Okay. Das kann ich also nicht aufnehmen. Trotzdem nochmal ein bisschen Konzentration Versuche ich nochmal Genau das wollte ich Das nicht passiert Scheiße Scheiße Das ist richtig scheiße Diese scheiß Typen ey Gott sei Dank ist der Damage gut Dann gibt es nur Bomben ey Oh really Da bringt mir das nix Ja die wollen aber Das ist natürlich schon geil Wenn du die Zecke hast 15% Ich weiß wie gesagt Immer noch nicht Warum die Leute die Zecke hassen Sie ist so gut Sie ist so gut So Wir sahen hier aber Alle falsch Da war der Kampfraum Das heißt es kann nur nach unten gehen Das bezieht sich natürlich auch Auf den Shop Da ist er Und die sollten schnell down gehen Weil die Typen da Extremst nervig sind So Shop 15 Münzen Was kriegen wir Mist Das ist Mist Aber egal das geht schon Die Challenge schaffen wir schon Oh nee Ich hab noch ne Pille die mir den Arsch rettet Das müsste ja hinhauen Ja der war gut Der war gut Der war gut der Schwupp der Wupp Möglichst die Ads down machen Damit die Fliegen und die Spinnen Mom treffen Okay Ja dafür sind Die Spinnen Die Spinnen fliegen allerdings auch ganz gut Für sie so nervige Ads Ja ja Mami ist okay Das Bombe Das Bombe 14 Minuten für die Challenge läuft Das ist der 99. Erfolg gewesen, dann weiß ich auch schon, was meine Nummer 100 sein wird.